Welcome back ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gibt es einen Haarschnitt zu gewinnen. Leute, bevor es losgeht, möchte ich mich einfach mal bei euch da draußen ganz herzlich bedanken. Wir haben es geschafft und die 10.000 Abonnentenmarke geknackt und dafür ganz, 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 ganz lieben Dank. Wieso ich mich so doll freue ist, weil ich weiß, dass jeder Einzelne da draußen, der mir auf meinem YouTube-Channel hier folgt, der ist real und der mag den Content, den ich mache oder der mag mich und deshalb freue ich mich umso mehr. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und da ich unzählige E-Mails von euch bekommen habe zum Thema Haarstyling, wie mache ich meine Frisur, welches Haarstyling-Produkt brauche ich für meine Haare, aus dem Grund habe ich mir gedacht, weil wir die 10.000 Abonnenten geknackt haben, machen wir ein Umstyling für euch. Also du da draußen kannst einen Haarschnitt gewinnen und zwar bei einem Friseur und nicht bei irgendeinem Friseur, sondern bei dem Top-Friseur hier in Stuttgart, bei Ulvi und Mario. Ulvi ist zum Beispiel auch der Friseur von Mesut Özil und manchmal lasse ich ihn auch an meine Haare ran, ja, aber nur manchmal. Und bei dem könnt ihr einen Haarschnitt gewinnen. Alles for free, geht alles auf meinen Nacken. Ja, wenn du dir unsicher bist in der Auswahl deiner neuen Frisur, ja, oder generell einfach einen neuen Look auf deinem Schädel haben möchtest, dann ist das jetzt deine Gelegenheit, einen neuen Haarschnitt zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist folgendes. Meinen YouTube-Kanal abonnieren, mir auf Instagram folgen und mir eine E-Mail schicken mit deiner Frisur an umstyling-at-daniel-korte.com. Dann sehen wir einfach mal jetzt schon, wie du aussiehst, ja. Wünschenswert wäre zum Beispiel, wenn du richtig lange Haare hast und die abschneiden möchtest. Das wäre auch ganz cool, ja. Dann hätten wir auf jeden Fall ein cooles Vorher-Nachher-Bild. Ansonsten, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. YouTube-Kanal abonnieren, Instagram-Kanal folgen und mir eine E-Mail schicken an umstyling-at-daniel-korte.com mit deiner Frisur und dann wählen wir aus, wer das Umstyling gewinnt. Leute, die Verlosung läuft bis zum 21. Juli. Also dran denken, nur bis zum 21. Juli dementsprechend E-Mails rausschicken. Ein paar Infos noch am Rande. Der Friseursalon von Ulvio Mario ist hier in Stuttgart-Mitte. Das bedeutet, es wäre cool, wenn du hier aus Süddeutschland kommst, aus der Gegend. Du kannst natürlich auch gerne aus Berlin oder Hamburg kommen, ist ganz egal. Also alle können natürlich mitmachen, aber es bietet sich natürlich an, wenn du hier aus Stuttgart kommst. Und wenn du vor der Kamera keine Angst hast, dann ist das auch sehr gut. Denn wir filmen das Ganze natürlich mit der Kamera. Also es wäre ganz cool, wenn du ein bisschen extrovertiert bist und wenn du kein Problem damit hast, einfach gefilmt zu werden vor meinem Kameramann, der jetzt auch gerade fleißig die Kamera hält. Also Basti ist auch dabei. Von daher wäre cool, wenn du Bock hast, dich mit der Kamera begleiten zu lassen. Und by the way Leute, ich will euch jetzt schon mal am Rande hier an diesem Video schon mal sagen, dass ich gerade dabei bin, eine neue Marke aufzubauen. Ich möchte jetzt nicht wie jeder YouTuber irgendwie Merch verkaufen, sondern ich möchte wirklich eine nachhaltige Marke aufbauen mit Produkten, die euch helfen. Und immer wenn ihr jetzt dieses Logo hier seht, was ich jetzt gleich einblenden werde, dann ist das Produkt von meiner persönlichen Marke. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal gesagt haben. Denn wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwelche Videos von mir seht und ich dort Produkte von meiner Marke bewerbe, dann wisst ihr Bescheid, okay, diese Marke kommt von mir. Die heißt Winsk und dort wird es Haarstyling-Produkte geben und Beauty-Produkte für Männer, dass ihr das an dieser Stelle schon mal gehört habt. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Kevin Löwenstein. Kevin, vielen Dank für deinen Support auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest von mir in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein. Oder schick mal eine Message auf mein Community-Phone. Die Nummer zum Community-Phone findest du in der Infobox. Wenn du jetzt jemanden kennst, der zum Beispiel ganz, ganz dringend eine neue Frisur braucht, wo es da auf dem Kopf aussieht wie sonst was, dann einfach das Video mit dem Teilen. Oder wenn du generell gerade Bock hast auf irgendwie ein Umstyling, auf eine frische Frisur, dann kannst du gerne mitmachen, Video teilen. Du weißt jetzt Bescheid, wie es funktioniert. Und in diesem Sinne sage ich, bis demnächst. Haut rein. Peace out. Tschüss.